PANDU Seine guten Berufschancen verdankt PANDU dem Jesuitenpater Johann Kasud. Dem ersten Preisträger des Klaus J. Jakobs Best Practice Award for Productive Youth Development. Zu einer Mission der besonderen Art wird die Berufung des Jesuitenpaters nach Indonesien. 1971 übernimmt er eine mit Schweizer Entwicklungshilfe aufgebaute kleine Berufsschule in Surakata auf Java mit damals 25 Lehrlingen. Patakasud gelingt es, das Modell der dualen Berufsausbildung mit Theorie und Praxis nach Fernost zu exportieren und dort auf Dauer zu etablieren. Das Angebot an weiterführenden Schulen in Indonesien ist nach wie vor gering. Die meisten Jugendlichen werden Hilfsarbeiter, obwohl die boomende Wirtschaft des Schwellenlandes dringend Fachkräfte braucht. Patakasud formt Admi zum Vorzeigepolitechnikum. Schweizer Präzision und Effizienz, aber auch viel Beharrlichkeit und der Mut zur ständigen Erneuerung schreiben eine 40-jährige Erfolgsgeschichte. Der 82-Jährige hat die Leitung inzwischen Pater Triadmoko übergeben. Mit der Metallverarbeitung hat das jesuitische Management früh eine Marktlücke erkannt. Die angegliederte Fabrik finanziert größtenteils die Ausbildung. Mit den Gewinnen werden Stipendien für Lehrlinge finanziert und der Maschinenpark ständig erneuert. Wir freuen uns, dass die Jakobs Foundation diese Anstrengungen von Admi sozusagen auszeichnet und damit auch ein Signal setzt für die indonesische Regierung als auch für die internationale Gemeinschaft, diesen Bereich hier im Land stärker zu unterstützen. Und wir werden das von unserer Seite aus auch machen, denn der Bedarf ist sehr groß. Die Auszubildenden, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben nach drei Jahren, haben in der Regel eigentlich alle bereits einen Arbeitsplatz. Das heißt, die Industrie steht eigentlich Schlange, um die Auszubildenden zu übernehmen. 600 Schüler und Lehrlinge werden derzeit ausgebildet. Neben fachlicher Kompetenz stehen im Rahmen der Persönlichkeitsbildung moralische Integrität und soziales Engagement auf dem Lehrplan. Der Lehrer muss natürlich all diese Eigenschaften haben, dass er diszipliniert ist, dass er genau zur Zeit anfängt und so weiter. Und dass er ehrlich ist, das färbt ohne weiteres auf die Schüler ab. Die indonesische Regierung schätzt das vorbildliche Ausbildungskonzept aus der Schweiz, das in ganz Südostasien längst Schule macht. Wir in ADMI sind sehr stolz für den Klouz J. Jakob Best Practice Award für Father Kasus. Wir haben eine sehr wichtige Unterstützung für die Entwicklung der junge Leute in Indonesia und all over der Welt. BELTARBicht auf den Kalkolz J. Jakob Best Practice gab Ab. BELTARBicht auf den Kalkolz J. Jakob Best indicated und sagte, dasselăt ist in der Kalkolz J. Jakob Best Practice und Kalkolz J. Jakob Best Herts J. Jakob Best Bahts J. Jakob Best